Hallo Fans, Marco Reus hat mit dieser Aussage alle überrascht, aber zunächst einmal, wenn Sie ein treuer Fan von Borussia Dortmund sind und mehr Informationen wie diese möchten, empfehle ich, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Da ich alle Neuigkeiten verfolge und sie hier aus erster Hand auf dem laufenden Halt sind, zurück zum Thema. Knapp zwei Wochen vor dem ersten Pflichtspiel der neuen Saison hat Marco Reus ausführlich über seine persönlichen und mannschaftlichen Ziele. Für sein möglicherweise letztes Profijahr beim BVB gesprochen, der gebürtige Dortmunder, der das Kapitänsamt nach fünf Jahren zum letzten Mal abgab und die Kapitänsbinde an Emre Ken übergab, ist in einer guten Verfassung. Wieder ein wichtiger Faktor für seinen Herzensklub sein zu können. Ich habe beschlossen, noch einmal anzugreifen, alles zu geben und alles aus meinem Körper herauszuholen, sagte der 34-Jährige im BVB-Podcast des Vereins. Er habe sich in den Wochen zwischen dem Bitteren. Bundesliga-Finale im Mai und dem Vorbereitungsstart Anfang Juli sehr gut erholt und fühle sich richtig frisch. Seine bisherigen Leistungen im Training und in Testspielen bestätigten diese Einschätzung, fügte Reus hinzu. Mit seinen Teamkollegen bliebe das Fernziel auch nach der Vizemeisterverlängerung klar. Reus will mit dem BVB endlich deutscher Meister werden. Nachdem Krösus elfmal in Folge aus der Bundesliga zum FC Bayern berufen wurde, unser Ziel bleibt es, ganz oben zu sein. Wir haben und die Glocke zu aktivieren, damit Sie keine Neuigkeiten von unserem Team bemerken. Und das ist eine Umrüstung und ein Abschied.